Es war damals, in der Dauerlinge-Zeit, ganz was Besonderes, weil ja ein Film neu war damals. Die Leute waren sehr euphorisch, es wurden sehr viele Leute des Ortes rekrutiert, beim Film mietzumachen, als Komparsen. Es ist wie in den Burg und Schleswig-Holstein-Draubwaren, der Bund in Neugendorf. Das hat im Neugendorf ja niemand gemerkt, dass das so grausame Filme waren, das hast du ja nicht gewusst. Es sind immer wieder offen, wie sie es gepultert haben und wie grausig das zugegangen ist. Ich glaube, dass das im Neugendorf sehr viele Filme getreten worden sind, weil die Einheimischen nicht wussten, wo sie mitspielen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da sehr viele Leute mitgespielt hätten, wenn sie gewusst hätten, was daraus zusammengeschnitten worden ist. Trocken! F dizzy! Haltet nie fest, die Hexe f 있는데! F размерen! G'n'g'n'g'n'g'n'g',hお ni',h! Posso! Jo Mightn Si Untertitelung des ZDF, 2020